Hallo und herzlich willkommen zu den neuen Folge von World of Tanks. Heute geht es um den T-832. Weiter auf der Kreditpunkte-Farm. Die Bienen. Ich würde sagen, wir gehen nach rechts in die Stadt rein. Ich würde gerne rechts abbiegen, Herr TP. Bitte fahren Sie schneller. Wow! Alter, wir sind so lange gerade ausgefahren, obwohl du auch nach rechts wolltest. Ja, das war stark, Kumpel. Du Kackarsch, Mann. Oh, stark, Komet. Alter, fahren wir da irgendwie so auf dem Berg drauf. Oh mein Gott. Penetrate them. Ich würde haben, ich penetriere jetzt, mein Lord. Die Schäle hält die T-Target, mein Freund. Oh. Ich würde sie verhauen. Hauptsache, die Ketten mag uns anhauen. Alter, also die haben jetzt wirklich mit allen Pflanzen den Berg besetzt, ne? Das könnte aber auch für die negativ werden. Wenn wir zu krass da jetzt auf dem Berg draufgammeln, haben wir an allen anderen beiden Fronten die Möglichkeit durchzupuschen und die können nicht gegen tun. Also so vorteilhaft ist das für die gar nicht, mit allen da umzustehen. Wo ist es durchgekommen? Oh, da unten ist okay. 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 Bleib hier. Schwein, fahr doch jetzt nicht weg. Wie soll denn das hier? Ist er wohl hier? Lol. Wie ist denn der da hingekommen? Hä? Ist der denn den Berg runtergerasselt hier? Oder wie ist der hier hingekommen? Ende. Nee, das war leider der falsche Punkt zum Einschlagen, der Ugel. Da ist ein U-Des. Haben wir doch wieder normalen Munition, oder? Kling. Wir machen jetzt mal den Kommandanten ein bisschen lauter, glaube ich. Weil gerade jetzt, wo es auch den Hendo da jetzt drinnen gibt, machen wir mal... Nein, nicht die Musik. So, ne? Ah, ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich, so. Ah, der konnte noch schießen. Mmh, belastend. Oh. Ey, gut. Mach mal nicht den, bitte, ja. Eliminated. Jetzt war ich ein Problem, jetzt bin ich ein bisschen lau. Hat mir zwar zwei Kills gegeben, aber das mit dem Zurückfahren da war ein bisschen gefährlich. Dass der mich dann nochmal getroffen hat, die Bison, war ein bisschen schade. Mal eine Frage, wieso hängt eigentlich bei uns ein Löwe, ein Panther und alles hinten in der Base drin? Jungs, könnt ihr bitte mal, äh, no? Wir sind bei beiden Basen und die haben die Mütter. Was für eine Runde, was für eine Runde, du. Ah, noch eine halbe Stunde, easy. Ich habe leider gerade sehr wenig Fahrspielraum. Ja, du kannst hier nicht runterschießen, Kumpel, alles gut. Ich kann leider auch nicht mit der Sue helfen, weil hier noch ein T-69 und ein Odesse ist, die mich beide in den Arsch one-shotten können. Und der spotte mich die ganze Zeit, der Arsch da oben. Aber reizen tut es schon, da hinten mal ganz kurz hinzugucken. Nein, er war zu höch, ich hätte die verzielen sollen, oh, nö. Da ist die Mauer kaputt gegangen. Hier, Lieb. Da kommt er in Odesse. Ah, komm, scheißegal, ich habe es keinen Bock, auf den Odesse zu warten. Ich bräuchte immer kleines bisschen Unterstützung. Nur so ein Stück. Oh, shit. Oh, der T-69 zeigt sich da hinten wenigstens, das ist gut. Oh, da hat er kassiert, Jungen. Das Geile ist, jetzt haben wir die so ein bisschen umzingelt. Loll. Der opfert sich einfach. Loll. Der hat mir gerade einfach... Ey, was war das denn für ein Suicide von dem? Ist ja interessant. Na gut. 2000 Damage waren es auf jeden Fall. War geil. Gute Runde. Ah, jetzt fährt der Löwe vor. Ja, in den letzten drei Panzer kann man es ja auch nicht mal machen, ne? Boah, die Zuschauerfunktion müssten sie dringend ändern, dass man irgendwie auswählen kann zwischen den 15, wo man hingucken will oder sowas. Das müssen die dringend irgendwie anpassen. Weil so kommst du einfach nie dahin, wo du hin willst. Ach, Rollout steht da drauf, lol. Du schießt aber schon sehr schräg, Panther. Ja, stell dich noch ein bisschen seltscher und der muss gar nicht mehr irgendwie zählen. Und du kriegst das Schaden. Das ist Schaden. Loll. Ja, bin ich jetzt so dumm oder ist... Wie? Der steht da fast 90 Grad zu dem. Und der... Ich verstehe nicht. Loll. Okay, hab nichts gesagt. Krass. Ich dachte immer, bei den deutschen Panzern sind so 45 Grad so der Sweet Spot. Also, dass du quasi genauso... So wie jetzt gerade zum Arm X stehst. Das wäre so perfekt eigentlich. Hab mich wohl geirrt. Hab nichts gesagt. Schön runter. Siege alle Gegnerfahrzeuge zerstört. Ja, hat in der Berg wohl nicht so viel gebracht, leider, ne? Hätten die sich ja vorüberlegen können. Weil alle auf einen Punkt kann nur funktionieren, wenn man komplett durchpusht. Weil sonst wirst du umzingelt und bist am Arsch. Ja, war schön. Dritthöchster Schaden sogar. Nice. Didim. Oh, warte. Wir haben eine Nachricht bekommen. Das will ich jetzt wissen. Wahrscheinlich irgendeiner, der rumheult wegen der AMB-T-Folge letztens. Sweetie, go back to Tier 5 and learn how to play. Warte, warte. Slavosh 7. Ich will nur ganz kurz wissen. Wie toll er denn gespielt hat. Weil wir waren ja zweitbeste, ne? Ah, er war der Conqueror. Okay, Sweetheart. Please add me on Discord and teach me how to play, Daddy. So, dann können wir den weg machen und gehen in die nächste Runde. Mein Gott, ey. Tja. Wenn jetzt noch, wenn jetzt die ganze Zeit nur noch solche guten Runden kommen, wie jetzt die letzten paar, das wäre schon geil. Dann sind die Kreditpunkte bei Ratzfatz zusammen hier. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir eigentlich für 6 Panzer. Weil ich will ja den japanischen Jahrpanzerzweig dann direkt durchkaufen. Der letzte kostet ja ungefähr 6 Millionen. Und 3 Millionen. Für den 9er. Plus natürlich Module dürfen wir auch nicht vergessen. Wobei, die habe ich ja vielleicht noch gar nicht. Hm. Das könnte auf jeden Fall knackig werden. Also ein paar Millionen, ich brauche euch auf jeden Fall. Ich tippe mal so auf 15 werden wir insgesamt brauchen. Weil wir müssen ja die Panzer kaufen, die Module und das Equipment da drauf. Plus Munition. Auch wenn Munition nicht so ganz krass ist. Aber auf 6 Panzer ist das ja trotzdem schon eine ganz angenehme Summe eigentlich, ne? Ein Skuder und ein Bizet. Das ist okay Ach ne, da links sind auch mal zwei K2 und Sumua Dann sind wir zu fünft, damit sind wir eine starke Front Das ist schön Die Gegner haben zwei BZs M6A2E1 Oh, die ist klar Nun wetten wir, ich werde wahrscheinlich von beiden BZs getroffen Und bin einfach instant tot Das predikte ich jetzt einfach mal so Oh, die ganzen Jagdplätze sind Was ist das hier, lol Das Kopfchen, lol, die fahren ja alle mit ihren Jagdplätzen hier Was ist denn hier jetzt los, lol Das ist unerwartet, bin ich ehrlich Hey, was ist das für eine Aufteilung So Weil die sind ja jetzt zu dritt Und die beiden Mediums, die können jetzt schon umzingeln Wenn wir das hier lange nicht aushalten, dann Müssten wir die eigentlich easy peasy LF schlachten können Es reicht, wenn ich ihm die Kette zerstören kann Einfach nur um ihn zu nerven Was war daneben? Wir müssen eigentlich nur die Zeit ein bisschen rauszögern hier Entspannt euch Leute Nicht zu viel pushen Immer schön langsam aber sicher Progetto und T-34 sind schon auf dem Weg Wenn die erstmal aus in Ruhe gefahren sind Dann sind die Gegner Hast recht, das hab ich nicht gesehen Ich bin auf dem Weg dir zu helfen, Kumpel Muss zugehen, hab ich tatsächlich nicht mitbekommen Wenn du hier ein Problem hattest Ah, es war leider ein bisschen schlecht geschossen Er war auch, alles gut Nice Immer gerne Nicht auf mich bitte, nicht auf mich schießen Oh, danke Ach, ich hätte erst nachladen sollen Egal Weißt du, für sowas ist das Befehl mit Hilfe Echt perfekt Ey Was soll denn das? So, mein Scorpion G Für dich ist es jetzt leider Zeit zu sterben Ist auch kein persönliches, äh Böses Bluthut, aber Die Zeit ist halt einfach reif Ja, denkst du, ich push noch weiter vor, oder was? Ah, lol Ich stehe nur für den Scorpion G Weil zurückfahren kann er nicht Das ist Progetto Das ging nicht durch Was? Wunden nicht? Flech Oh, der ist fast tot Nein, der ging drüber Eine Schande Aber siehst du, die Mediums können von hinten pushen Die sind jetzt im Ziegel Und auch fliehen hier können sie nicht Weil da schon der SDRV Und der C-34 bereitstehen Das ist ja gar nicht Das war's, Leute Oh, da hast du jetzt mal Glück gehabt, das ist gut Also jetzt hätte ich fast daneben geschossen Aber ich hab jeden Tag keine Vegetation damit Aber egal Der Gedanke zählt, ne? Na komm, ein Stück fahr bitte vor Nur ein Stück Okay Vielleicht hab ich auch einen Schuss einfangen können Aber da ist noch nicht gesagt gewesen Dass ich dann den Iron Arnie auch treffe Und kostenlos Damage dem schenken Ohne, dass ich selber was davon hab Das ist ja auch Damage traden immer gerne Aber nicht, wenn ich denen schenke So Das ist ja So ein Schwachsinn Lass mich durch Passt Der ist noch ein MBT irgendwo Den seh ich dann gar nicht Schade Oh, der ist jetzt nicht gerade alle weg Wir müssen ihn halt irgendwie sehen Da hinten ist er Oh, der muss jetzt mal für Verlangen nachladen Der hat jetzt alle drei Schüsse weggehauen Kumpel, ich sag's dir, wie es ist Das überlebst du nicht Was unser Team trotzdem noch so krass dezimiert wurde Finde ich heftig Also ich hätte gedacht Das dürfte ein bisschen besser Ja, wobei Unsere Front hat eigentlich schon Ganz dominiert Oh, nice A, M, B, T Ist von beiden Seiten blockiert Der kann auch nicht mehr rausfahren Da sorgen die Jagdpanzer für Ja, okay Einen Schuss kann er ihm vielleicht noch geben Aber einen zweiten trifft er, glaube ich Wobei, kriegt er ihn doch noch tot? Ja, er kriegt ihn doch tot Sehr schade Naja, aber er muss jetzt nachladen Das heißt, er ist jetzt eher im Arsch Hallo The object is out of action Is out of action Ja, war doch eine geile Runde Mal wieder Boah, das kann gerne den ganzen Abend so weitergehen Oh, scheiß Richtig gut So machen die Runden richtig lauter Fähre lassen Gefährt Ja, komm, machen wir auch einen Booster drauf Weil wenn es sich nicht so lohnt Aber bevor ich die gar nicht nutze Na, immer schon draufsetzen Löhnen Super Den meisten Schaden in ihrem Team Ah, angenehm Okay Dann machen wir beim nächsten Mal einfach den Renegade Vielleicht kriegt er den meisten Schaden Ansonsten, äh, kriegen wir schon irgendwie hin Dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao